Ja, meine Lieben, hier ist schon wieder ein neues Paket für mich angekommen und ich liebe es jetzt schon. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, das zu holen, aber jetzt habe ich es doch getan. Das ist keine Zuschauerpost. Ich habe es mir selber gekauft bei Amazon. Das heißt also, es wird nicht gerade wieder günstig gewesen sein. Groß und schwer ist immer teuer, das wussten schon die Leute von Jurassic Park. Da ist es auch schon auf. Und jetzt kommt es. Wie gesagt, ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber da ich technische, nennen wir es mal Ausfälle mittlerweile hatte. Da hinten im Hintergrund übrigens das neue Mischpult von Behringer, Xenix, irgendwas. Habe ich schon getestet. Absolut rauschfrei. Super. Und da fehlt natürlich jetzt das Rode NT1A Mikrofon. So, Moment mal. Ich muss mal eben die Tür zu machen. Ich bin nämlich Wäscheabwaschen und das ist laut, die Waschmaschine. Ja, ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber jeder Let's Player eigentlich hat das Rode NT1A. Ja, wirklich jeder. Der Krieger, der Dehner, was weiß ich, alle die Frängels. Außer der Bandit von Pootie Tank Gang. Nimm's mir nicht übel, mein Lieber. Du weißt, ich hab dich lieb. Ähm, ja. Was soll ich jetzt dazu großartig sagen? Kleines Unboxing noch dazu? Natürlich. Ah, ja. Ähm, denn ihr wisst ja, ich hab mir, äh, ich wollte ja diesen Livestream machen und plötzlich hat mich die Technik, äh, hängen lassen, weil mein Mikrofon immer laut, leise, laut, leise geworden ist. Und dann dachte ich zuerst, es liegt an diesem beschissenen Fame-Mischpult, hab dann in die Tonne geklopft, hab mir ein Beringer Xenix, schlag mich tot, 802 oder sowas geholt. Und das andere, das Fame-Mikrofon nochmal dran gemacht. Und man ist immer noch laut, leise, laut, leise. Ja, Pech gehabt, das Fame-Mikrofon war im Arsch. Ja, und deswegen hab ich mir jetzt dieses Mikrofon hier geholt, Rode NT1A. Und das machen wir mal kurz auf. Ähm, kostet derzeit bei Amazon 150 Tacken. Und das hat mir der Hermes-Mann jetzt gerade noch zu später Stunde vorbeigebracht. So, was haben wir denn da alles drin, wenn wir das Ganze aufmachen? Da haben wir erstmal einen I love Rode-Mikrofone-Sticker. Dann haben wir hier Tipps und Techniken, um professionelle Resultate mit dem Rode-Mikrofon zu haben auf CD-ROM. Dann haben wir hier eine kleine Anleitung für das Mikrofon. So, und dann können wir hier mal aufmachen. Machen wir erstmal hier das weg. Und dann haben wir schon das Rode-Mikrofon. Das holen wir mal raus. Richtig fettes Teil. Ähm, dazu natürlich das XLR-Kabel, so heißt das. Also das könnt ihr nicht über USB anschließen. Dann müsst ihr euch entweder ein USB-Mischpult holen. Oder, wie ich jetzt gemacht habe, ich habe mein Mischpult über Line-In an der Soundkarte hinten dran. Fettes Kabel brauche ich allerdings nicht, weil an meinem Arm, den ich hier für mein Mikrofon habe, schon ein XLR-Kabel integriert ist. Das ist hier in dem Stahl drinnen, in dem Metall. Damit das nicht im Weg ist, dann kriege ich auch endlich hier das blöde graue Kabel von meinem, ähm, Kord-Mikrofon weg. Dazu haben wir noch ein kleines Täschchen, falls man sein rotes Mikrofon mal ein bisschen durch die Gegend schleppen möchte. Und hier haben wir drin, das finde ich sehr, sehr geil, ist bei den wenigsten Mikrofonen dabei, Popschutz direkt. Ich habe ja immer einfach direkt ins Mikrofon gequatscht, hat eigentlich bis jetzt ja auch niemandem geschadet. Ich finde die Soundqualität von meinem Kord-Mikrofon ist auch noch immer erstklassig. Das werde ich mir als Zweitmikrofon auf jeden Fall hier zurückhalten. Das werde ich nicht wegschmeißen oder irgendwas. Oder wenn ich mal einen Gast-Gameplayer hier habe, dass wir zwei Mikrofone haben. Ja, und der Popschutz ist sehr, sehr gut verpackt. Und hier haben wir das, das ist direkt verbunden mit einer Spinne, so heißt das. Ähm, da wird das Mikrofon reingesteckt und dann an die Halterung dran hier hinten. Und das kennt ihr schon aus diversen, wenn ihr ihn kennt, Commander-Krieger-Videos, das hat er ja auch dann immer. Ja, ne, dann hängt das hier bei ihm so und dann sagt er, herzlich willkommen, liebes YouTube, hier bei eurem Commander-Krieger. Ne, endlich Popschutz, das ist dafür, dass gewisse Sachen wie das Sch, ne, das S nicht so scharf kommt. Oder halt, wenn man sagt, dass das nicht so ein Ploppen gibt beim Ton. Das soll damit rausgefiltert werden. Ja, und das wird jetzt hier richtig professionell. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich meinen Mikrofonarm hinstecke. Ob ich hier nicht vielleicht, so dass das von so schräg oben kommt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich werde das Ganze an meinem Mischpult anschließen. Und wenn ich das Ganze genügend durchgetestet habe und ein, zwei Videos damit aufgenommen habe, werde ich dazu auch auf vielfachen Wunsch beim Mischpult schon, ähm, ja, ne Review machen, wie das Ganze so ist. So, und jetzt spiele ich Fist of Awesomeness an meinem PC. Bis dahin, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Stay tuned, ciao, euer Gameplaymer.